1. Oktober 1943, 17.36 Uhr Achtung, Achtung! Wir geben eine Luftlagemeldung. Hier ist der Luftmeldedienst der Luftwaffe und der Flak-Baubefeldstelle Westfalen-Süd. Die gemeldeten feindlichen ganzen Gerdkatteln mit über 204-motorigen Lenkkästermaschinen mit der Spitze im Raum Münsterland auf dem Kurs in Richtung Oberflug halten Kurs in 4.800 Meter Flughuhe. Auf die Hellweb-Zone bei Haft mit vermutlichen Zieleinflug auf das Baugebiet Westfalen-Süd. Ein kleiner Sonderflug von 32 Lenkkästermaschinen nimmt Kurs aus östlicher Richtung Ort an. Ende der Uhrzeit. 17.53 Uhr Achtung, Achtung! Wir geben eine Luftlagemeldung. Hier ist der Luftmeldedienst der Luftwaffe und der Flak-Baubefeldstelle Westfalen-Süd. Die von 483 haben gemeldet, erfolgt über Argen und Teil des Wirklichs ein Möchner-Süd. Die von 483 sind die Luftwaffe und der Flak-Baubefeldstelle Westfalen-Süd. Die von 483 haben gemeldet, erfolgt über die Luftwaffe und der Flak-Baubefeldstelle Westfalen. Jürgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020